Und zack, ja, sehr, sehr cool und hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Send-Texamen, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und ich bin hier gerade bei meiner neuen und richtig geheimen Unterwasser-Base und habe gerade Basketball gespielt und das macht richtig, richtig viel Spaß und ja, sehr, sehr cool und Freunde, treffe ich und zack und meine ganz knapp dann den Kihi, aber es macht super, super viel Spaß und mir gefällt diese Unterwasser-Base sehr, sehr gut und Freunde, was ganz wichtig ist, diese Unterwasser-Base muss auf jeden Fall geheim bleiben, also dürft ihr nicht davon Vitamine erzählen, aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal von meiner Unterwasser-Base wieder zurück in die Stadt, weil ich wollte noch heute ein bisschen mit meinem besten Freund Vitamine spielen und darauf freue ich mich schon richtig, richtig sehr, so lalalala, gehen wir einmal die Leiter nach oben und wir müssen natürlich aufpassen, dass mich jetzt hier keiner entdeckt, weil das muss geheim bleiben, das ist ein Geheimnis zwischen dir und zwischen mir, sehr, sehr cool, Freunde. Ich habe hier meine Porte gegangen mit und zack, schieße ich hier ein Portal, dann geht es hier durch und tada, sehr, sehr cool, bin ich hier im Raum gelandet und ihr seht es, Freunde, das ist der Raum der Portale und hier sind richtig, richtig viele verschiedene Portale und aus diesem sind wir rausgekommen. Sehr, sehr cool, Freunde, aber wir sind jetzt wieder zurück, dann gehen wir mal zu meinem Labor rein und schau mal, oh, hey, äh, hallo. Oh, hey, Sandy, wo kommst du denn her? Ähm, ich war im Labor, hast du doch gesehen? Nein, das kann doch gar nicht sein, ich war doch vorhin hier, ich wollte doch was einstellen. Ähm, nee, ich, ähm, ich war hier in der Ecke, guck mal, dann hast du mich bestimmt nicht gesehen, ich war am Schlafen. Hä? In der Ecke? Ja, ganz genau. Du, der war ganz sicher, Sandy, ich, der Raum ist doch gar nicht so groß, das hätte ich doch eigentlich gesehen. Nein, du hast mich bestimmt übersehen, Vitamin, alles gut. Okay, na gut, aber eigentlich habe ich dich ja mehr oder weniger gesucht, weil ich wollte dir was sagen von einem Riesentunnel und riesig und oh. Ja, am besten guckst du dir den selber an, folgt mir, der ist mitten in der Stadt, der ist riesig. Ja, okay, die du mal vor, Vitamin, okay? Ja, ich... Sehr, sehr cool, weil, Freunde, ich habe noch vergessen, meine Portale ganz so zack hier drauf abzulegen und wow, das war ja richtig knapp. Vitamin hat mich fast dabei erwischt, wie ich aus meinem geheimen Versteck rausgekommen bin. Puh, zum Glück ist nochmal alles gut gegangen und Vitamin hat jetzt irgendwas erzählt von einem geheimen Tunnel und jetzt bin ich mal gespannt, was er meint. Hey, Vitamine. Hey, was machst du denn da unten immer so lange? Ähm, ich habe noch was geguckt auf dem Laptop. Ah, okay, ähm, ich habe den hier noch gesehen, ich hoffe natürlich, der ist noch da und oh, ja, 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 der ist immer noch da, oh mein Gott. Wow, das ist ein riesiger Tunnel, Vitamine. Ja, aber der sieht so dunkel gruselig aus von innen, siehst du das? Ja, stimmt, hast du dir den mal von nahem angeguckt? Nein, ich wollte ja eigentlich dich abholen, aber du warst ja irgendwie nicht da, keine Ahnung, wo du warst. Ja, ich war doch in meiner geheimen und, ähm, in meinem Labor war ich ja, komm, Vitamine. Achso, okay. So, und jetzt, Moment mal, was ist denn in dem Tunnel drinnen? Das bin doch ich, oder? Oh, ja, stimmt, guck mal, Vitamine, hast du Geschwister, davon hast du mir noch gar nichts erzählt. Weiß nicht, Senti, irgendwie finde ich es ja selber gerade witzig, also ich habe eigentlich keine Geschwister, aber... Oh, guck mal, ganz viele kleine Vitamine, wo ist... Hm, meinst du, die wurden geklont? Oh, ich weiß nicht, sollen wir die mal ansprechen? Ja, komm, lass die mal ansprechen, hallo. Hallo, ja, guck mal, warte mal, die sehen ja genauso aus wie du, Vitamine. Ja, stimmt, warte mal, hallo, ich bin's. So, Sendix, mach mal deine Augen zu kurz. Ja, ich drehe mich um. Okay, und wer ist jetzt der echte? Moment mal, wer ist der echte Vitamine? Du bist der echte, oh, Moment mal, dann du, hier, wow, wow, Vitamine. Was war denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, man kann hier durch. Oh, Gott, oh, okay, ich würde sagen, Senti, du gehst vor. Und, wow, Vitamine, komm du auch. Wow, was ist das denn? Ich weiß nicht, guck mal, hier ist so Laser und die machen bestimmt richtig viel Schaden, also ich würde es nicht austesten. Nein, ich würde auch nicht durchgehen, die machen bestimmt dolle Auer. Ja, da hast du recht, aber Moment mal, wie kommen wir denn sonst hier vorbei? Hier sind so gefährliche Laser, aber wir müssen auch irgendwie hier in den nächsten Raum kommen. Hm, meinst du, ich kann hier rüberklettern? Hm, nein. Warte, schubst dich an, Vitamine. Okay, warte, schubst nicht. Und zack, und klappt es, Vitamine, komm schon. Mann, es klappt nicht. Oh Mann, aber warte mal, wir müssen doch irgendwie hier drüber kommen. Guck mal, da ist sogar so eine kleine Lücke oben. Ja, stimmt, und ich würde auch wirklich mal rübergehen, Senti. Ja, da hast du recht, aber wie kommen wir da drüber, Vitamine? Weiß es nicht, und die sehen richtig gefährlich aus, die Laser. Ja, stimmt, ich würde sagen, wir schauen mal, vielleicht gibt es hier irgendwas Geheimes, was hier versteckt ist. Hm, vielleicht auf dem Boden irgendwo, aber nein. Hm, ich schaue mal, Vitamine, hast du was gefunden? Nein, ich noch nicht, und du? Ich habe leider auch noch nichts gefunden. Wow, Moment mal, Vitamine, ich habe es gefunden. Warte mal. Guck mal, das ist eine versteckte Kiste und da ist ein Jetpack drin. Nimm dir mal eins raus. Hey, warte mal, ich nehme mir gleich eins raus, genau. Zack, 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 zack. Ja, sehr, sehr cool. Meinst du, wir können jetzt damit rüberfliegen? Warte mal. Wow, warte, ich auch, und ja, es hat geklappt, Vitamine, und yeah, richtig cool. Wow, Senti, du hast eine richtig coole Idee gehabt, und gut, dass du das Versteck gefunden hast. Ja, da hast du recht, das heißt, wir mussten einfach mit einem Jetpack über die Laser drüberfliegen. Wie cool. Genau. Ja, Senti, aber hier sind mega viele coole, und hey, mein Auto steht auch hier, guck mal. Wow, das stimmt, guck mal, hier ist ein Auto, brumm, 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 Vitamine. Und? Hallo, ich bin's, euer Vitamine. Hihi, und ich bin der Senti, hihi, richtig cool, und wow. Gute Nacht. Wow, hey, Vitamine, ich schlafe drin. Hihi, okay, aber ich finde das mega cool, und hey, selbst der Kühlschrank ist gefüllt. Warte mal, ich gebe dir einen Karottensaft hier, du kannst auch einen haben, bitteschön. Wow, das sind ja richtig gesunde Sachen, Vitamine, und ich glaube, dieser Tunnel ist einfach ein Vitamine-Tunnel. Wow, das ist ja mega cool. Ja. Aber, hey, Moment mal, hier ist doch noch eine Kiste. Oh, ja, ich stehe mal, schauen, was in dieser Kiste drin ist, und wow. Wow, guck mal, wie cool, eine Waffe. Warte mal, ich lege das hier rein, und komm, Senti, wir legen den Jetpack wieder rein, vielleicht öffnet sich dann die andere Tür. Ja, da hast du recht, Vitamine, richtig gute Idee. Okay, super, und hey, hast du das gehört, die Tür ging auf. Oh, ja, stimmt. Und, warte, können wir die jetzt aufmachen? Warte mal, aber wir haben doch nicht umsonst Waffen bekommen, die schon mal hier anzünden. Ja, stimmt, und jetzt zack, und wow, guck mal, wir sind im nächsten Raum. Und guck mal, Vitamin, hier ist ein Zombie, und Moment mal, was ist das? Eine Hexe ist ja auch, ein Creeper, ein Skelett, ein Enderman, und Moment mal, was ist das denn? Das bin ich? Hey, Senti, das kann doch gar nicht sein. Moment mal, ja, das ist der böse Vitamine. Was? Es gibt sogar einen bösen Vitamine? Ja, das wusste ich auch noch nicht. Aber hey, Senti, die werden doch nicht böse sein, oder? Doch, und hey, Vitamine, lass ihn doch nicht schlagen. Jetzt müssen wir ihn besiegen, pass auf. Okay, der ist doch ganz so böse, Senti. Abzack, äh. Ja, piu, 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 los geht's, auf den bösen Vitamin, und der ist so stark. Hey, Senti. Wow, yeah, richtig gut. Genau, aber sind die auch hier böse? Nein, die sind nicht böse, das waren nur der böse Vitamine. Ja, das stimmt, das heißt, in diesem Raum von Tunneln war der böse, böse Vitamine. Und jetzt würde ich sagen, können wir direkt schon in den nächsten Raum. Genau, komm, wir gehen in den nächsten, ich öffne mal. Ja, sehr, sehr cool. Wow, Achtung, Skelette, pass auf. Oh Gott, Senti, die schießen auf uns, aber wir müssen doch irgendwie durchkommen. Ja, stimmt, ich würde sagen, hast du Goldäpfel? Ja, ich esse den Schnellfunk. Ja, miam, 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 sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, los, guck mal, hier sind Skelette, Vitamine, wir müssen ja auch besiegen. Attacke. Oh, zack, 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 sehr, sehr cool. Okay, zwei sind besiegt, und warte, hier ist das letzte, oh, 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 Senti, ich wäre fast runtergefallen. Und schau mal, Vitamine, das sind so Diamanten da unten, und ich glaube, wir dürfen dort nicht reinfallen. Oh, die Skelette kommen wieder, Vitamine, pass auf. Warte, sie haben, glaube ich, unendlich Leben, Senti. Ja, stimmt, piu, piu, piu. Und jetzt müssen wir schnell rüberrennen, komm. Ja, los geht's. Was ist hier denn alles, Senti, guck mal, so viel Gold. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende vom Tunnel angekommen, das ist der Schatz, Vitamine. Warte mal, die schießen wieder, oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen uns beeilen, Vitamine, die kommen immer wieder neu. Genau, und hey, Moment mal, hier ist sogar eine Kiste. Guck mal rein, Senti, vielleicht ist da ein Schatz drin. Ja, das stimmt, und so viele Diamanten, wie cool ist das denn, nimm hier alles raus. Ja, warte, ich nimm hier, und hey, das ist ja sogar leuchtendes Schwert. Ja, stimmt, Vitamine, wow, das ist das legendäre Vitamine-Schwert. Wow, nimm das mal raus. Wow, guck dir das mal an, Vitamine, wie cool ist das denn, das ist einfach ein legendäres Vitamine-Schwert, was wir bekommen haben. Und pass auf. Und warte, komm, wir müssen jetzt ganz schnell wieder zurück, wir gucken uns das draußen an, okay? Ja, stimmt, aber warte, ich will noch ein bisschen Gold mitnehmen. Nehm, noch ein bisschen Gold. Schnell hier raus, oh nein, die Zombies kommen wieder. Oh Gott, okay, warte, so, und jetzt müssen wir die Jackpacks wieder nehmen. Ja, sehr, sehr gut, Vitamine. So, tsch, tsch, tsch. Sehr, sehr cool, und jetzt fliegen wir wieder hier rüber, und komm aus dem Tunnel raus. Tschüss, Vitamine. Hey, wie cool war das denn? Das war einfach ein Vitamine-Tunnel, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, das war mega cool. Und am Ende haben wir sogar so ein legendäres Vitamine-Schwert bekommen, richtig cool. Wow, das ist mega cool, einfach nur. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Schaut unbedingt bei meinen besten Freunden Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.